Wir von der Restmüllsammlung sind im Grazer Startgebiet mit 14 Sammelfahrzeugen und rund 50 Mitarbeitern unterwegs. Wir entleeren täglich an die 6.300 Restmüllbehälter. Es sind umgerechnet 180 Tonnen an Restmüll. Die Jahreszahl ist interessanter, es sind 48 Millionen Kilogramm Restmüll im Jahr. Das ist unser Beitrag für ein sauberes und nachhaltiges Graz.